Was geht, was geht, was geht, beautiful party people. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr wisst, versuche ich ja gerade einen No-Hit-Run zu machen und da wurde ich jetzt ein paar Mal gefragt, ob ich mal ein Video machen könnte, wo ich den Bild genau zeige beziehungsweise die ganzen Items einsammle, die ich für diesen Run brauche. Und ja, heute sitzen wir hier und Jay hatte mal natürlich wieder eine ganz besonders tolle Idee und hat sich gedacht, ja, wenn ich das schon mache, dann teste ich doch mal diese Buffs, Zeug, was ich da alles benutze, mit vielen anderen Waffen. Und ja, es gab ein paar Überraschungen und das habe ich gemacht und ich habe es halt dann so gemacht, dass ich Waffen, die vom Schaden her nicht mehr mithalten konnten, beziehungsweise, wo ich gemerkt habe, hey, so würde ich das nicht spielen, habe ich dann halt auch mal rausgenommen. Also wundert euch nicht, wenn im Laufe dieser Vergleiche, nenne ich sie mal, immer mal wieder eine Waffe wegfällt. Und ja, ich würde sagen, wir legen los und viel Spaß mit dem Video. Achso, und über ein Like und ein Abo würde ich mich auch freuen. Vielen Dank, beenden Sie uns wieder. Als allererstes holen wir uns die gesprungene Kristallstachelträne und den Axtalisman. Dazu reite ich immer zur Festung Halt, weil ich mir als eins meiner ersten Items immer das Deckbus-Medaillon dort hole und von da seht ihr hier auf der Map einfach gerade hochreiten. Und das eine ist beim niederen Herdenbaum und das zweite ist direkt gegenüber in der Ruine. Und das coole daran ist, beide stacken miteinander und verstärken beide aufgelandene Angriffe. Die Trainer einmal 15% und der Talisman 10%, sprich wir bekommen einen Schadenswuchs bei aufgelandenen Angriffen um 25% und das ist ziemlich geil, ist, ne? Nochmal ein Viertel Damage drauf, schmeckt. Und danach reiten wir zur Malikas Kirche und holen uns noch die Physikflask. Als nächstes hole ich immer die Felsklinge, die Kriegsäsche. Und das aus dem Grund, weil ich normalerweise, wenn ich einen Run mache, egal wie, gehe als zweiten Spot nach Malikas Kirche immer nach Kaelid und hol mir das zweite Deckbus-Medaillon. Kill den großen Drachen, hat man die 75.000 Runen. Und ja, und deswegen habe ich jetzt hier in der Reihenfolge auch die Felsklinge drin. Die macht 10% mehr Schaden und 15% mehr Poiss-Schaden, sprich wir brechen die Heilung schneller. Und das Ganze hält ne ganze Minute und dazu müssen wir quasi zu der Dansburg, also ist ja auch im Endeffekt auf dem Weg und die ist dann direkt an der Gnade, wo der Teleport ins Schloss Rotmien rein ist. So, back to Limgrave. Als nächstes holen wir uns den Stärkeknoten. Der gibt uns plus 10 Level in Stärke für drei Minuten. Und danach quasi direkt beim Nachbarn töten wir den Ritter, der uns den goldenen Schwur droppt als Kriegsasche. Was ich nach dem goldenen Schwur immer mache, das ist für euch absolut optional. Ich hole mir noch Bernals Klangperle, indem ich ihn töte, um mir den Schachzug der Assassinen zu holen. Dafür muss man aber erstmal Haus Rekan beigetreten sein, damit man das dann in der Tafel runter abgibt und sich die Asche kaufen kann. Ansonsten funktioniert das nicht. Aber wer das genau sehen möchte, kann ja gerne mal in meine No-Hit-Run-Streams kommen und sich das dort mal anschauen. Als nächstes müssen wir nach Leonia, um uns die Iron Balls, Schrägstich Eisenkugeln zu holen. Ist ein bisschen gereihter, aber ich meine, man nimmt dann die ganzen Gnaden mit und spart sich später den Weg. Kommt im Endeffekt auf dasselbe. Dazu umlaufen wir Schloss Sturmschleier. Einmal außen rum. Ich zeige euch hier den Weg im Schnelldurchlauf. Man sollte das alles folgen können. Und holen uns die Eisenkugel vom Krabbenkoch. Die Dinger sind halt ultra stark in dem Stärkebild mit den ganzen Buffs. Und mit aufgeladenen Schlägen macht man Feuchschaden ohne Ende. Und der Damage ist auch sehr, sehr, sehr gut. Und der größte Vorteil an denen ist, das werdet ihr später sehen im Endgame, ist es halt das Tempo von den Schlägen. Terima kasih. So, als nächstes habe ich hier die blaue Tänzerin, den Talisman, der gibt 20% Damage Bei geringer Ausrüstung Ich weiß nicht, warum ich in dem Run das andersrum gemacht habe Normalerweise läuft man nach den Eisenkugeln zum Aufzug hoch von Dektus über EG und so weiter Und holt sich eine Gnade Also ich hole mir da immer eine Gnade, um Radar halt auch gleich zu triggern fürs Festival Ich hole mir auch die Klangperle dort, die zweite im Althostunnel Und nehme da eigentlich immer Schabriris Geheul mit Keine Ahnung, warum ich es diesmal andersrum gemacht habe Ich würde euch auch empfehlen, es andersrum zu machen Weil keine doppelten Wege und so Und ja, danach habe ich hier Schabriris Geheul geholt Es gibt auch nochmal für 40 Sekunden 25% mehr Damage Ja, und jetzt fehlt uns nur noch ein Buff Und dann sind wir eigentlich komplett durch Flamme gibt mir Kraft Dann habe ich mir die Waffen geholt Und dann geht es los zu den Bossen Und um Flamme gibt mir Kraft zu holen, müssen wir nochmal zurück nach Caylet Da seht ihr gleich, zahlt sich der Schachzug der Assassinen direkt aus Da wird man nicht so easy von den Gegnern entdeckt Aber geht natürlich auch ohne, komplett unproblematisch Ja, das Ganze gibt 20% Damage Boost für 30 Sekunden Und dann haben wir eigentlich soweit alles zusammen Und können gleich zu den Bossen gehen Und was ich jetzt gemacht habe bei Margit Und da habe ich gleich festgestellt Es lohnt sich für mich Beziehungsweise für diesen Bild nicht so wirklich War die Tränen, Caylet zu holen Vom stinkenden Baum-Avatar, die die Haltung schnell ablicht Weil das hält auch irgendwie nur 20 Sekunden oder so Ich habe jetzt leider nicht nachgeschaut Aber für den Kampfstil lohnt es sich halt nicht Weil ich meine, 3 Minuten aufgeladener Schaden ist halt einfach besser Oder macht mehr Sinn Wenn man halt viel mit R2 eigentlich mal arbeitet Und ja, aber ich zeige euch das gleich trotzdem Und dann schauen wir gleich, wie die Waffen so abgeschnitten haben bei Margit So, angekommen bei Margit Legen wir los mit den Eisenkugeln Ich werde die Reihenfolge immer beibehalten Ich habe leider gerade nicht mehr im Kopf, welche Waffen ich genau benutzt habe Ich werde euch jedes Mal ein Bild einblenden Und immer einen Hit mit allen Buffs Ich gebe Talisman, den ich in den Kampf benutze Und den Damage, die zeigen wir den Kampf nicht Bei Margit werde ich jetzt noch einmal komplett durchlaufen lassen Den ersten Kampf Weil ich hier noch ein bisschen mehr zu erzählen habe Ich werde noch zusätzlich die Clips mit der anderen Träne zeigen Die werde ich aber abgehört wirklich nicht mehr benutzen Und wenn die Waffe rausfliegt, dann schreibe ich das auch in den Kampf mit rein Und dann anschauen wir nun mal aus dem Kampf-B 2019 Und dann schreibe ich das auch in den Kampf-B patients Und dann schreibe ich das auch in den Kampf-Bis Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020